Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinder und Kinderfüße interessieren. Und ich denke mal, da haben wir auch heute wieder etwas ganz Interessantes für euch gefunden, weil das kommt nämlich auf jedes Elternteil mal zu. Wenn mein Kind also dann in die Kita kommt, zur Tagesmutter, in den Kindergarten, was brauche ich da für Schuhe? Dazu habe ich mir einen kleinen Statisten mit eingeladen, hier unser Ernie, der verkörpert jetzt mal sozusagen das Kind und der zeigt euch dann, was dann sozusagen an Schuhen gebraucht wird. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran, ich würde mich mir auf jeden Fall freuen und dann sehen wir uns gleich weiter. Wenn mein Kind in die Kindereinrichtung kommt, zur Tagesmutter oder in den Kindergarten, brauche ich Schuhe. Denn im Allgemeinen wird aus Sicherheitsgründen von den vielen Einrichtungen schon ein Schuh erwartet, egal ob mein Kind läuft oder nicht. Und auch da gibt es dann immer wieder verschiedene Ausführungen, sage ich mal, und auf die wollen wir jetzt mal eingehen. Natürlich vorzugsweise jetzt für den Frühjahr-Sommer. Eine Ausführung, was gebraucht wird in Herbst, Winter, haben wir auch schon mal eingestellt. Also auch da findet sich ein passendes Video in unserem umfangreichen Kanal für euch. So, mein Kind kommt in den Kindergarten. Das Erste, was auf jeden Fall gefragt wird oder gewünscht wird, egal ob mein Kind läuft oder nicht, sind geschlossene Schuhe. Wie ihr seht, habe ich auch mal zwei verschiedene Modelle gemacht, herausgeholt. Und das heißt, dem Kind oder dem Fuß ist es eigentlich egal, ob ich jetzt mit einem flachen Schuh anfange oder mit einem höheren Schuh. Der höhere Schuh ist meistens noch Knöchel einbinden, ist aber für einen Laufanfänger nicht zwingend maßgeblich für ein gutes Laufgefühl. Auch dazu, zu den unterschiedlichen Modellen, haben wir schon Videos mit eingestellt. Auch da würde ich immer noch mal empfehlen, auf eines unserer vorhergehenden Videos einen reinzuschauen. Wir brauchen auf jeden Fall geschlossene Schuhe. Das kann ein Klettschuh sein, das kann ein Schnürschuh sein, das kann ein flacher Schuh sein, das kann ein hoher Schuh sein. Und es kann natürlich auch eine Lederpusche mit Kautschuksohle sein. Hauptsache geschlossen, damit der Fuß sozusagen vor Verletzungen, vor Unterkühlung und vor Schmutz sozusagen geschützt wird. Das ist also die Priorität, die meistens oben ansteht. Das nächste Wichtige sind dann immer noch mit die Hausschuhe. Hausschuhe ist auch ein sehr breit gefächertes Thema, muss ich sagen. Hier gibt es die absoluten Klassiker mit einer PVC, EVA oder Thermoplastik-Rubbersohle, wie man auch immer es bezeichnen würde. Es ist auf jeden Fall ein sehr synthetisches Mischmaterial, was auf jeden Fall flexibel ist, den Fuß also nicht in seiner natürlichen Abrollbewegung behindert und teilweise auch nochmal einen ordentlichen Halt bietet. Wir bevorzugen im Allgemeinen im Sommer und im Frühjahr Modelle aus Baumwolle, vielleicht sogar noch mit einem schweißaufsaugenden Frotteefutter innen drin, weil schwitzen tun die Kinderfüße ja generell. Und da ist es auch unabhängig von der Jahreszeit, da kommt immer einiges an Schweiß zusammen, weil das sind so kleine Kraftwerke, die hier drin stecken. Das Schöne ist bei dem Barfußschuh, den kann ich waschen. Auch dazu gibt es nochmal ein separates Video. Und er ist sozusagen die Luxusausführung einer Stoppersocke, weil absolutes Barfuß-Laufen-Gefühl. Ich kann den Schuh waschen und ich habe natürlich eine Verschlussmöglichkeit, wo ich den Schuh oder diese Pusche, Lederstoffpusche, mehr auf den Fuß aufbringen kann. Also auch wieder, hier muss man natürlich darauf aufpassen, welchen Wunsch die Kindereinrichtung äußert. Es gibt auch welche, die akzeptieren für Kinder, die noch nicht laufen können, durchaus die Stoppersocke oder die Lederpusche. Das muss man dann immer sehen, aber ist wie gesagt auch von der Einrichtung oder von der Einstellung der Einrichtung zu den Schuhen, zu der Fußbekleidung des Kindes abhängig. Dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir bewegen uns sozusagen auf das Frühjahr zu, würde ich auch hier nochmal die halboffenen Schuhe mit ins Spiel bringen. Weil die werden ab Temperaturen, so ab 22 Grad werden die auf jeden Fall benötigt. Das Schöne bei den Modellen ist, den kann ich auch mal bei 16 oder 18 Grad anziehen. Einfach nur ein Söckchen drunter ziehen. Dann bleibt auch hier der Fuß schön geschützt, weil man sieht es ja auch sehr schön. Wir haben es hier mit einer geschlossenen Sache zu tun. Ich habe nur leichte Einsparungen oben oder Ausschnitte oben über den Spannbereich, dass es zu viel an Wärme auch mal wieder entfläuchen kann. Aber ganz schön und auch wieder alltagstauglich natürlich hier. Schöne breite Stoßkappe überhaupt. Und ihr seht auch wieder, ich habe wieder mal zwei unterschiedliche Modelle genommen. Einer für die breiteren Füße und einer für die schlankeren Füße. Weil Passform ist wichtig. Kein Kind sollte nur irgendwas am Fuß tragen. So, damit ist jetzt mein Kind noch lange nicht genug ausgestattet, weil der Kindergarten verlangt in jedem Fall auch Gummistiefel. Gummistiefel je nach Jahreszeit sind ganz nützliche Schuhbedeckungen, Fußbedeckungen, sage ich jetzt mal. Und auch hier seht ihr wieder, es gibt immense Unterschiede. Nicht umsonst habe ich wieder mal einen herausgesucht für die schlanken Füße und einen für die etwas breiteren, kräftigeren Füße. Also ich glaube, das ist auch so schon im unmittelbaren Vergleich wunderbar zu sehen. Auch da bitte, sollte bitte nicht irgendwas gekauft werden. So nach dem Motto ist ja egal. Weil wir sind auch der Meinung als Kinderschuh-Tanten, dass so ein Gummistiefel nicht der Ganztagesschuh sein sollte. Warum nicht? Aus dem einfachen Grund, weil natürlich hier, ich sage mal, eine absolut geschlossene Oberfläche ist, die nicht atmet, die keine Luftzirkulation zulässt. Und hier haben wir sehr oft, egal wie der Fuß auch befasst ist, Kinderfüße in eigenem Saft. Deswegen empfehlen wir prinzipiell immer dabei, eine Frottisole einzulegen. Eine Frottisole, die ich vielleicht auch mal im Waschbecken mal schnell auswaschen kann. Oder die zumindest hier den Fußschweiß mit aufsaugt und die ich dann mal wechsle. Weil, ich sage mal, so den großen Preis machen Einlegesohlen jetzt nicht aus. Wenn es nicht gerade die silberbedampften Ionensohlen sind, wo ich immer der Meinung bin, das ist meistens sowieso nur Geldschneiderei. So, Gummistiefel, jawohl, weil sie sind wichtig, gerade wenn die Kita früh immer noch eine Bewegungsstunde hat, wo die Kinder rausgehen vor dem Frühstück. Das Wetter ist nicht ganz so optimal. Es hat sich Regen angekündigt, ist, ich sage mal, sozusagen der Gummistiefel unerlässlich. Aber, wie gesagt, schaut auch bitte hier ein bisschen auf die Passform. Dazu gibt es unterschiedliche Modelle, auch von den Schafthöhen her. Und auch dazu gibt es, wie sollte es auch anders sein, schon ein Video bei uns im Kanal. Aber, last and not least, wird ja auch teilweise die sportliche Bewegung in den Kindergärten recht groß geschrieben. Und der Kindergarten verlangt sozusagen Sportschuhe. Das können wie zum Beispiel hier ganz normale Hallenschuhe sein, die man aber auch im Freizeitbereich mit tragen kann. Auch hier wieder, achtet bitte auf die Passform. Nicht jeder Schuh, der gut aussieht, sitzt auch gut am Fuß. Das trifft insbesondere für die Sportschuhe zu. Und hier muss ich immer noch ein großes Achtungszeichen sagen. Die Sportschuhgrößen unterscheiden sich immens von den Lederschuhgrößen. Wer denn immer meint, man könnte jetzt, wenn ich einen Fuß gemessen habe, automatisch die gleiche Schuhgröße nehmen, irrt ja sowieso, weil wir ja schon immer gesagt haben, der Schuh muss automatisch größer sein als der Fuß, der drinnen steckt. Und beim Sportschuh ist es mitunter ganz extrem, weil nämlich hier immer diese stark gepolsterte Ferse, die jeder Sportschuh aufweist, sozusagen Platz vom Innenraum her wegnimmt. Damit hat der Kinderfuß weniger Platz innen. Man hat auch meistens dann, ich sage es mal so wie hier, eine Markierung. Und dann schiebt man den Fuß nicht bis ganz hinten hin, weil da würde der Fuß auch niemals sitzen, sondern so, dass ich sozusagen diese schwarze Markierung sehen kann. Weil gerade bei Sportschuhen gehen gerne 5 Millimeter alleine nur durch diese starke Polsterung in der Ferse verloren. So. Warum natürlich die Polsterung? Es ist ein Sportschuh, der soll den Fuß schön einbinden, gerade bei einer sportlichen Bewegung. Und natürlich für sicheren Hals sorgen. Deswegen also haben die auch alle diesen schönen, stark gepolsterten Rand oben. Da soll nichts drücken, da soll nichts reiben, der Fuß soll sich wohlfühlen. Bei solchen Modellen empfehlen wir je nach Passform, je nach Breite des Fußes auch immer eine Frottisole mit rein. Dadurch, weil die meisten Modelle ja sowieso nur noch aus Synthetik bestehen. Und um dazu folge dann auch mal wieder ein bisschen Atmungsaktivität mit reinzubringen, weil so eine synthetische Sohle saugt natürlich keinen Schweiß auf. Dadurch, dass die Anforderungen auch hier wieder recht unterschiedlich sind, gibt es natürlich auch die einfache Version, nämlich unsere Gymnastikschläppchen. Die kann man also gut und gerne für die einfache Sportstunde im Kindergarten mit nutzen. Wie ihr seht, gibt es für Jungs und gibt es für Mädchen. Und in vielen Kindergärten wird auch noch die vielgeliebte Stoppersocke auch akzeptiert. Auch hier empfehlen wir maßgeblich die Modelle mit der durchgehenden Sohle. Ganz einfach, weil die einen besseren Grip haben, gerade wenn es um Bewegung geht. Wenn ich ganz normal laufe und keine großen Geschwindigkeiten, wie sagt man so, und auch Änderungen in meinem Laufstil habe, mag auch eine Stoppersocke reichen, wo ich bloß ein aufgedrucktes Motiv habe. Wenn ich mich aber mehr bewege, brauche ich schon den Grip, den Halt im Fersen und im Zehenbereich, damit ich nicht wegrutsche. So, auch hier, ihr seht, da kommt schon alleine für die Kita eine ganze Menge zusammen. Da habe ich jetzt auch mal die richtigen offenen, sommerlichen Schuhe mal weggelassen, weil das ist meistens noch nicht so das große Thema für die Laufanfänger, wo wir ja jetzt eigentlich drüber geredet haben, wenn also Kinder in die Kita kommen, in den Kindergarten, zur Tagesmutter, im Kindergarten an sich, je nach Altersgruppe, mag es dann schon wieder schleichen. Und da steht dann auch wieder die Sandale hoch im Kurs und die ist dann meistens sogar noch etwas luftiger als diese halboffene Schuhe. Eine große Bitte habe ich dadurch, dass wir immer wieder feststellen, dass Schuhe, die man nicht täglich sieht, werden gerne vergessen. Das heißt, man überprüft nicht in regelmäßigen Abständen hier sozusagen die Passform, die Innenlänge, passt der Schuh noch ja, nein. Im schlimmsten Fall sozusagen sagt das Kind dann irgendwann mal, Mama, der Schuh ist zu klein, den können wir nicht mehr anziehen, tut weh. Wenn ein Kind das schon sagt, dann sollten eigentlich schon die Alarmglocken schrillen, weil Kinder eigentlich Druck und Schmerz unempfindlich sind an den Füßen und da ist dann wirklich Not am Mann. Deswegen mein großer Tipp, man hat es zu Hause überall hängen, Kalender in den unterschiedlichsten Varianten und Formen, sei es als Jahreskalender oder sei es als Monatskalender, als Familienplaner, wie auch immer. Macht euch eine Markierung rein. Wenn ihr den Schuh gekauft habt, spätestens nach acht bis zehn Wochen bitte einmal eine Markierung rein machen, Schuhe im Kindergarten überprüfen, Schuhe bei der Tagesmutter überprüfen, Schuhe in der Schule überprüfen. Das ist halt generell so. Wir merken auch gerade hier im Gespräch mit unseren Kunden, dass das immer wieder gerne vergessen wird, nicht aus Unachtsamkeit, Unachtsamkeit, sondern einfach nur, weil man das nicht täglich sieht. Man kriegt die Kinder zum Beispiel am Kindergarten, am Tor, holt man es ab. Man sieht die Hausschuhe zum Beispiel gar nicht. Man sieht auch die Turnschuhe zum Beispiel gar nicht. Und dann entfällt einem, dass da dann eigentlich doch schon wieder viel, viel Zeit verstrichen ist und der getragene Schuh in der Einrichtung schon längst zu klein ist. Also, ihr seht, es gibt eine Menge zu überlegen. Aber, wie gesagt, ein Kalender tut da wirklich gut und demzufolge, das wäre das, was Kinder brauchen. Ich freue mich, Ernie hat gut mitgemacht und dann auf ein nächstes Mal.